Ich will lieber hin und zahlen mal so ein Gerät. Ja, normal schon. Aber wo wollt ihr denn jetzt noch so ein bisschen höher gehen? Haber? Ja. Da haben wir einen Heckerball. Auf 1.60. Da geht doch noch ein Hecker in der Höhe aus. Ist ja so gut. Ah, ist schwer. Reicht die Blendeweite nicht aus. Ja. Ja, nicht. Ja, nicht. Ich komme auf dem Kopf. Ich komme auf dem Kopf. Das ist nicht mehr. Ich komme an den Kopf. Ich komme an den Kopf. Danke, danke. 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 Das hat ein Problem. Zhengbbr depl lotta gehen. Hör danach stehen nicht mehr da rein. LosOOx wird es nicht mehr in den Kopf. Das ist ein Schalkes Asphalt. Na, hinten hast du mal geguckt, wie rum er steht? Nee, kommt mit der Hand nicht mehr so hoch. Ja, ist kalt, ne?